einen schönen guten tag und willkommen zurück zu 4 so dann mache ich da weiter wo ich letztes mal aufgehört habe mit der 17 mission intervall 08 verwüstung einstiegspunkt teil 1 so und meine aufgabe besteht darin also ich soll immer noch die rammelmeyer industrie komponenten das welt zu allen welt ist auch noch verschoben weil paxton fettel hat ja also ich das auch noch nennen der bei paxton fettel hat alles welt gefangen genommen warum ist der fernseher angegangen ich gleich ich gehe doch ich gehe doch mal richtung fernsehen hier geht es nicht weiter einmal Okay. Jetzt sind die Schotten. Jetzt teck ich dich einmal hier richtig fest. Hier ein Transporter kommt. Okay, alle ausgeschaltet. Ich weiß nicht. Schrotflinte gegen Sturmgewehr tauschen? Okay, hier ist nix. Mal schauen. Okay, Maschinenpistole. Etikett. Okay, Rüstung. Die habe ich alle hier schön getackert. Ich mag das Nagelgewehr. Okay. Da geht es nicht weiter. So. Mal ein Checkpoint. Okay. Ich bin schon wieder in so eine Art Lagerhalle unterwegs. unterwegs. Oh. Das ist zerlegt. Ne, zerlegt. Ne, zerlegt. Ne, zerlegt. Okay, ich werde so ein bisschen. So, die Panache. Boah, der snackt. Ah, der hat mich doch noch erwischt. Okay. Noch mal das Ganze. Ah! Na? Kommt ihr rein? Äh, ich warte lange, bis meine Zeitlupe voll ist und dann würde ich Attacke holen. Okay, die wissen nicht, wo ich bin. Granate? Ah, deswegen mag ich auch die KI. Boah, okay, den Dicken muss ich wegmachen. Mit seinen Raketenwerfer. Ah, okay, nochmal das Ganze. Okay. Dickener. 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 Nachdem? Fuck. Warte, oder? Ah, die wollen es echt wissen. Der hat einen Raketenwerfer, will ich haben. Granate? Check in! Warte! Sind die noch zu zweit? 1, 2, 1! Granate! Okay, mal schauen. Okay, aber diesmal habe ich keinen zerstückelt bekommen. Ab für zwei Kevlarwesten. So, mal schauen. Was sind wir hier noch? Zwei Medipacks. Okay, das wäre der andere Ausgangspunkt gewesen. Geht der eine, ist an der Wand getackert? Multi-Raketenwerfer? Nimm mich mal mit. Okay. 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 Das ist ein Punkt ohne Wiederkehr halt, wo ich jetzt bin. Hm, kommt jetzt die Frage. Raketenwerfer nehme ich definitiv mit. Partikelkanone... Ah, ist schon gut. Ach, weißt du, warte ich nämlich die Partikelkanone noch. Mit sind definitiv sieben tote Gegner. Okay, das war knapp. Oh, das ist hier ähnlich. Ich bin hier bei einem Spak. Oh, ich bin hier bei einem Spak. Okay, das ist alles. Und dann ist das ein Punkt. Das ist ein Punkt. Ah, okay, der Hoppe, der Hoppe, der Deckel. Okay, der Partikel kann ohne Slayer. Mal warten, ob das sollte reichen. So, da nehme ich mal mit. Warte mal, Maschinenpistole, warum nicht? Sollte fürs Erste reichen. Und ich habe was für einen Fernkampf. Okay, noch mehr Feindverbände sind hier unterwegs. Ja, warte mal. Ich gucke mir nochmal hier die Gegend an, bevor es weiter geht. Okay, da liegt ein Skelett. Aber ich glaube, da ist nichts mehr. Ja. So. So, weiter geht's. Jetzt bin ich hier auf einer Art Baustelle. Okay. Okay. Jetzt an die Paket. Geht's hier weiter nach oben. Okay, ein Checkpoint. Wenn ich runter springe. Okay, ist das wieder ein Bereich, wo ich nicht mehr zurückkommen kann? Ich habe hier ein Checkpoint. Okay. Okay. Gut, dann hat sich der Rückweg gar nicht gelohnt. Okay. So. 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 Toll, der Geisteskranke hier. Fährt er mit dem Lieferwagen einfach so hier durch. Okay, großes Gebiet. Sehr großes Gebiet. Es scheint eine Art Gewerbegebiet zu sein, wo ich jetzt gerade bin. Okay, hier geht es weiter. Die Sackkasse. Ein bisschen Granaten. Na gut, dann gehe ich mal durch die Fabrik da rein. Achso, Industriegebiet, wo ich bin. Perfekt. Okay, sonst ist hier gar nichts. Hier ist nichts. Dann... Kriechen. Und ich würde mal sagen, das war es dann auch wieder fürs Erste. Nächstes Mal geht es dann weiter mit der 18. Mission. Intervall 08 für Wüstung, ein Schickspunkt Teil 2. Ansonsten, ich hoffe, es hat euch gefallen, das Ganze. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag noch. Bis bald und tschüss. Tot's. Bis bald. D